Ich meine, ja klar, wir haben es bei der katholischen Kirche gesehen und die Staatsanwaltschaft hat auch nichts wirkliches gemacht in Deutschland, was ich zutiefst bedauere und auch nicht verstehen kann. Die haben da ihre 5000 Euro bekommen. Die Mutter Jesu, elf oder zwölf Jahre alt, als der Heilige Geist sie, beziehungsweise Jesus eingehaucht hat, also dein Gott in ihren Bauch. Der Frieden des Herrn Jesus sei mit allen. Das ist eine Lüge, dass Rebekka drei Jahre alt war, als Isaac sie mit 40 Jahren geheiratet hat. Welche nicht-muslimischen Wissenschaftler, Maria, die Mutter Jesus war Jungfrau als sie mit Jesus schwanger war. Also 600 Jahre vor Mohammed und Geschlechtsverkehr hätte sie frühestens mit 14 Jahren gehabt, nachdem Jesus auf der Welt war, wohlgemerkt 600 Jahre vor Mohammed. Und warum sollte man das Thema mit Aisha besser nicht aufmachen? Welche nicht-muslimischen Wissenschaftler? Wenn Maria tatsächlich elf oder zwölf Jahre alt gewesen sein sollte, als sie Josef geheiratet hat, dann geschah das 600 Jahre vor Mohammed, der Aisha geheiratet hat, als sie sechs Jahre alt war. Aisha hatte noch mit Puppen gespielt und war noch nicht in der Pubertät, der Prophet schrieb den Heiratsvertrag mit Aisha, während sie sechs Jahre alt war und vollzog die Ehe mit ihr, als sie neun Jahre alt war, Sahih al-Bukhari 5158. Weiters hatte Mohammed die Ehe vollzogen, Geschlechtsverkehr, als Aisha neun Jahre alt war. Maria hatte mit zwölf Jahren kein Geschlechtsverkehr. Und wohlgemerkt 600 Jahre vor Mohammed, der Prophet heiratete sie, als sie sechs Jahre alt war und konsumierte die Ehe mit ihr, als sie neun Jahre alt war. Und sie blieb bei ihm für neun Jahre bis zu seinem Tod, Sahih al-Bukhari 5133. Die arabischen Begriffe Ut-Kilat und Banabihah beziehen sich in ihrem Kontext nur auf Geschlechtsverkehr. Es wird aber gerne mit Ehe vollziehen bzw. Ehe konsumieren übersetzt. Josef vollzog die Ehe mit Maria frühestens als Maria 14 Jahre alt bzw. nach der Geburt von Jesus. Wohlgemerkt 600 Jahre vor Mohammed, erstens, es war üblich im antiken Israel und Judäa, dass Mädchen mit 15 bis 17 Jahren geheiratet haben. Insights vom Archeology by David Afinzi, Seite 71. Referenzen gibt es sowohl historisch als auch biblisch. Zweitens, jüdische Ehebräuche. Mindestalter für die Ehe von 13 Jahren für Jungen und 12 Jahren für Mädchen. Baker Encyclopedia of the Bible in Band 2, Seite 1407. Lass uns doch mal schauen, was ein Rabbiner, ein Großgelehrter, ein Tanach-Experte, was der dazu sagt. Krass, also er verneint es ja nicht. Joker, du bist dran. Ja, sorry. Ich liebe es, ich liebe es. Ich kann es euch gerne erklären. In der Quintessenz sagt er im Prinzip einfach nur, also er sagt auf jeden Fall nicht, nein, natürlich nicht. Er erklärt sogar warum. Also er erklärt wie, warum. Er sagt nämlich, dass eine Dreijährige, also der Grund dafür, warum Isaac Rebecca geheiratet hat, ist, eine Dreijährige damals war vom Reifegrad her wie eine 20-Jährige heute. Damit erklärt er das, also klipp und klar und sagt, ja, aber ich finde das cool. Er ist ja nicht der Einzige, der das bestätigt. Auch Rabirashi zum Beispiel bestätigt das und noch einer, dessen Namen ich immer vergesse. Aber er ist halt so der Michael Jackson unter den Rabbis, der, den wir gerade gesehen haben. Michael Jackson, geiler Vergleich. Ja, muss man, Minz, Großrabi Minz, also so wie Minze geschrieben, aber ohne. Einfach widerlich, so etwas zu lieben. Eine Dreijährige damals ist trotzdem nicht größer als eine Dreijährige wie heute. Dasselbe mit Gewicht und Reife. Kind bleibt Kind, eine Zwölfjährige oder Vierzehnjährige wäre dann schon eher wie eine Zwanzigjährige von heute. Dann wäre ein 40-Jähriger Mann damals wie 80 Jahre heute? Oder Reifenmänner nicht, man muss halt mit dem großen Kopf denken anstatt mit dem kleinen. Das gleiche wie mit Aisha wo Muslime sagen. Dass sie wegen dem Klima in Arabien eigentlich doppelt so alt wäre von der Reife. Dann wäre Mohammed wie über 100 Jahre nach dieser Logik und war bei Minz mit Michael Jackson zu vergleichen, der wegen Kindesmissbrauch verdächtigt wurde, unterstreicht die Ironie noch deutlicher. Und welche Früchte und Fantasien solche Menschen haben, erst gar nicht zu reden? Welcher Teufel reitet diese Menschen, die behaupten, dass Rebekah drei Jahre alt war, als Isaac mit 40 Jahren, sie geheiratet hat, wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische. Seelische, dämonische, Jakobus Kapitel 3, Vers 14-15 Aber das beste Argument für Krüge getragen, das höre ich ja oft auf TikTok, das beste Argument, ganz easy auszuschalten, ist auch, okay, hat ein erwachsener Mensch eine Amme? Ich meine, ja, vorbei. Krüge, ganz kurz, Ari, wie groß waren die Krüge? Ja, ja, eben. Was ist mein Vermögen? Hatten die gehabt vielleicht in einem halben Liter? Das geht ja. Also es gibt ja verschiedene Krüge in verschiedenen Größen, also daher. Ja, ja. Ein erwachsener Mensch hat oder kann eine Amme haben. Als Rebecca eine junge Frau war und mit Isaac mitgegangen ist, werden Personen aufgezählt, darunter auch ihr früheres Kindermädchen, Amme. Sie gehört auch zur Familie, da willigten sie ein und ließen Rebecca gehen. Der Knecht, seine Leute, Rebekah und ihr früheres Kindermädchen machten sich für die Reise fertig, erste Buch Mose Kapitel 24, Vers 59. Eine Stillmutter brauchen Säuglinge bis zum sechsten Monat. Danach bekommen sie Brei. Demnach wäre Rebecca sechs Monate alt, als sie eingewilligt hat, mit Isaac zu gehen. Es werden einfach nur Leute aufgezählt, die alle mitkommen. Darunter auch das frühere Kindermädchen. Oder wollen jetzt unsere lieben Muslime Rebecca zum Säugling machen? Was man alles biegen und fälschen muss, nur um Mohammed zu retten. Dreijährige Mädchen tragen keinen Schleier und würden auch nicht eigenhändig sich verhüllen. Wenn wir jetzt nur noch auf den Pfeil nach rechts drücken, also wenn wir eine Seite weitergehen. Sind wir schon, schaut euch die Überschrift an, Sadas Tod. Also irgendwann kurz vor ihrem Tod kommt Rebecca auf die Welt. Und jetzt müssen wir uns nur, was wichtig ist, jetzt müssen wir uns zurück erinnern. Also ich muss es nochmal wiederholen, damit man den Sinn nicht verliert. Sie wurde ja 127, starb dann und der Sohn war 37. Also zum Todeszeitpunkt der Mama war der Sohn 37 und Rebecca war 0 Jahre alt. Denn sie wurde ja neu geboren. So, irgendwo da. Und wenn Isaac 37 war und Rebecca 0, also frisch geboren, wenn wir das jetzt wissen, steht in der Bibel, dass Isaac nicht mit 37 geheiratet hat, sondern dass er Rebecca mit 40 geheiratet hat. Drei Jahre später. Also richtig, sehr gut. Also drei Jahre später. Und wenn Rebecca da frisch geboren war und 0 war, wie alt war sie denn dann drei Jahre später? Warte mal, eins, drei, zwei, drei. Wenn Rebecca wirklich in 1. Buch Mose Kapitel 22, Vers 20, geboren wurde, als Abraham vom Berg Moriah zurückkam, wo er Isaac opfern sollte, dann wissen wir, dass Isaac 25 oder 26 Jahre alt war. Die Frage nach dem Alter Isaacs bei seiner Opferung wird im Seder-Olam-Rabba mit 26 Jahren angegeben. Damit wäre Rebecca 14 Jahre, als Isaac sie geheiratet hat und nicht drei, PS, steht nicht im Koran und sagt nicht drei. Das Seder-Olam-Rabba ist eine in hebräischer Sprache verfasste altjüdische Chronikschrift. Es wird dem in 2. Jahrhundert n. Chr. lebenden José Ben-Halafta, geboren 130 n. Chr. gestorben 160 n. Chr. zugeschrieben. Die große Weltchronik hält sich zumeist eng an die biblische Chronologie und wird auch im Talmud zitiert. Josefus Flavius schreibt, dass Isaac bei seiner Opferung 25 Jahre gewesen ist. Somit wäre Rebecca beim Tod Sarah 11 oder 12 Jahre gewesen. Wie alt wäre dann Rebecca, drei Jahre später, wenn sie beim Tod Sarah 11 oder 12 Jahre alt gewesen ist, Josefus Flavius, geboren 37 oder 38 n. Chr., gestorben 100 n. Chr., Antiquities of the Jews, Buch 1, Kapitel 13, Punkt 2, 25 Jahre. Das bedeutet, dass Rebecca 11 oder 12 Jahre alt war, als Sarah mit 127 Jahren gestorben ist und Isaac 37 Jahre alt war, und Sarah wurde 127 Jahre alt, das sind die Lebensjahre Sarahs. Und Sarah starb in Kiriat aber, das ist Hebron, im Land Kanaan. Da ging Abraham hin, um zu klagen um Sarah und sie zu beweinen, 1. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 1-2. Weiters würde das bedeuten, dass Rebecca zwischen 14 und 15 Jahre alt gewesen wäre, als Isaac mit 40 Jahren sie geheiratet hat. Und Isaac war 40 Jahre alt, als er Rebecca zur Frau nahm, die Tochter Betüls, des Aramäers aus Padan-Aram, die Schwester des Aramäers Laban. 1. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 20. Also wie ich manche kenne, würden sie aus diesen, Vers noch die Trinität ableiten, weil da drei steht. Der war mies. Das ist die Generationsfolge Isaks, des Sohnes Abrams. Abram zeugte Isaac und Isaac war 40 Jahre alt, als er sich Rebecca zur Frau nahm, die Tochter des Aramäers-Belsen aus Padan-Aram. Wo steht da drei? Laut unseren lieben muslimischen Davagandisten. Welche bis drei zählen können, müsste Rebecca auch mit drei Jahren schwanger gewesen sein und Isaac war 40 Jahre alt, als er Rebecca zur Frau nahm, die Tochter Betüls, des Aramäers aus Padan-Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Isaac aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar, und der Herr ließ sich von ihm erbitten, und seine Frau Rebecca wurde schwanger. 1. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 20-21. Oder wurde Isaac neugeboren, weil da zeugte Isaac steht, so wie bei Rebecca in 1. Buch Mose, Kapitel 22, Vers 20, und betuell zeugte Rebecca, dies ist die Geschichte Isaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaac, 1. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 19. Unsere lieben muslimischen Davagandisten versuchen Jahr zu Jahr aus einer jungen Frau, die Rebecca war, ein dreijähriges Kind zu machen. Und jedes Mal stehen sie als Lügner da, alle Reden Gottes sind geläutert, er ist ein Schild denen, die ihm vertrauen. Tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht bestraft und du als Lügner dastehst, Sprüche, Kapitel 30, Vers 5-6. Ja, manche haben da halt Schwierigkeiten. Nein, ich meine das gar nicht böse. Das wirkt so. Ich glaube, die Menschen, die haben Schwierigkeiten, bis 30 sind. Und das sind schon harte Beweise, das sind schon starke Beweise. Also wir haben jetzt nochmal einen biblischen Beweis, dann haben wir Talmud, und wir haben die Rabbis, die das bestätigen. Und ich habe auch die Talmud-Seite hier. Also, ja. Psych! Auf jeden Fall. Oh, achi, achi, achi. Drei. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wie rechtfertigen das die trinitarischen, evangelikalischen Christen? Ach, da redet niemand drüber. Aisha war sechs, Aisha war neun, Aisha, Aisha. Da redet man sonst nicht drüber. Wirklich? Jeder Mensch, der einen Funkenverstand hat und der euch zusieht, muss sich wegen euch fremd schämen. Aus einer jungen Frau Rebecca, ein dreijähriges Kind bzw. ein Säugling zu machen, die einen 40-jährigen Mann geheiratet hat, zeigt nur, welche Fantasien solche Menschen in Wirklichkeit haben. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen, Matthäus Kapitel 7, Vers 20. Unsere lieben muslimischen Davagandisten beteuern ständig Gott zu ehren. Aber glauben Menschen, die ohne Beweise noch von Zitieren von Bibelferse, nur Behauptungen aufstellen, ihr Heuchler. Treffend hat Jesaja von euch Geweißakt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen. Aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind, Matthäus Kapitel 15, Vers 7-9. Ironischerweise durchforschen unsere lieben Muslime die Bibel, um sie zu widerlegen oder ihren Mohammed-Prophezeit zu bekommen. Doch was sie in Wirklichkeit finden werden ist Jesus, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen, Johannes Kapitel 5, Vers 39-40. Wirklichkeit sind die Schriften. Ich möchte relativ hoch als eine eviden'resoding in den Raum sagen, die Schriften ist durchfans적, und sie hat sie für Deinemsaus carbon-deste ist für eine Schrift in den Staunen desaucht abflanzungsmethode.